Herzlich Willkommen Menschen und Menschen der Unterwelt, ja ähm, ich wollte gefragt ob noch mehr Videos zu dem Online Browser Game Hackerplace kommen könnten oder kommen werden, ja, also wir haben jetzt 1.11 Uhr, ich hab mich jetzt hingesetzt um mal so ein Video zu machen, äh, zumindest das erste von vielen, ich möchte euch ja vorstellen wie ihr am besten anfangt, und euch den Einstieg etwas erleichtern könnt. Ja, da fangen wir direkt mal an, wir gehen auf hackerplace.de, steht halt hier oben überall drin, hier zum Beispiel, ok, wenn wir da sind, ähm, und ihr noch nicht angemeldet seid, registrieren wir uns erstmal. Hmm, was nehmen wir denn als Username, also ich bin ja schon angemeldet hier drüben, äh, schnell wieder weg, wegklicken, ne, kein Standbild, funktioniert erst gar nicht, ich mach das alles weg. So, ähm, was nehmen wir denn für ein Name? Also ich bin voll für Hackerplayz.de oder so. Haha, gibt's das? Meine E-Mail-Adresse nehmen wir... Ich nehme einen... Ich hab einen... Ah, ist klar. Ja, ist damit gewogen, Bursch. Niemanden. Wie hast du uns gefunden? Sonstige Dinge. Ey, cool. Das geht sogar. Äh, okay, wir gucken erst mal kurz meine E-Mail. Upsa. Ach, brauche ich gar nicht. Hab ich auf dem Handy. So. So. Einen Moment. Da, 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 da. Ähm. Ja, cool, so. Äh, direkt mal Passwort ändern hier. Scheiße. Äh, also Regeln. Könnte akzeptieren. Ist mir gerade egal. Ich will mein Passwort ändern. Hm. Hm. Ja, jetzt auch. So. So. Okay, haben wir uns. So. Geht los. So, wir sind hier auf unsere Benutzeroberfläche, nachdem wir uns angemeldet haben. Wir haben ein wunderbares Income von 5611 Credits, 50.000 auf dem Konto und ein Willkommensgeschenk von 300.000 Credits. Ja, erstmal kriegt man hier eine Post. Schön, dass du dich blablabla 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 blablabla. So. Leck mich. So. Als erstes brauchen wir hier einen Computer. Haben wir im Moment nichts für. Wir haben auch ein bisschen Geld. Wir haben ein bisschen Geld. Das ist schon mal schön. Okay. Können wir uns nämlich ein bisschen Gehäuse kaufen. Äh, jetzt ist ein bisschen teurer geworden. Neunzig Tausend. Ja, wir müssen Geld holen. Also, ich mach jetzt so ein kleines Let's Play daraus. Um euch zu zeigen, wie man am besten hier anfangen kann. So. Ja, wir brauchen natürlich erstmal ein PC. Kühlung. Lüfter rein. Solo. Lüfter. Lüfter. Was noch besser. Also, wir haben ja Steckplätze für Arbeitsspeicher. Ah, na, ich denke, so viel brauchen wir jetzt auch nicht am Anfang. Also, wollen wir uns den. Der läuft nur mit SD-Rahmen. Äh, scheiß. Ähm, hier sollten wir uns schon in 600 Euro holen. So. Ihr werdet schon wissen, warum. Oder sehen. Ich mach's jetzt einfach mal. Ich bin jetzt schon ein bisschen erfahren. In diesem Game, sag ich mal. Und natürlich festbleiben wir auch ein paar. So. Also, das Spielprinzip ist ja ganz einfach. Wer schon mal angefangen hat zu spielen, äh, sollte keine Probleme damit haben. Ansonsten, äh, helft euch jetzt über, äh, oder auf die Sprünge. Also, wir können hier in der Bank, hier sehen wir immer unsere Checks, unsere Anlagen und die Kredite, die wir aufgenommen haben. Äh, natürlich sehen wir auch, äh, den Wert davon. Und den Grund gibt's hier immer. Und dann gibt's das Income. Ähm, was wir eigentlich direkt mal leveln können. Haben wir hier eine Vorlesung offline oder sowas? Ne. Also, so. Zuerst bauen wir uns ein bisschen zusammen. Ich glaube, place.de. Äh, ne, den nennt man Piraterie. Äh, Mini-ATX Ägypten. Nein, ich glaube, da habe ich eben die Rate. So, okay. Kühlung. Brauchen wir eigentlich nicht, aber wir wollen hier ein kleines Let's Play draus machen. Erstmal machen wir einen umlichen PC draus. So, direkt am Anfang. Hardware nicht betriebsfrei. Was sehen wir jetzt? Du, 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 Prozessor. So. OS installieren. Nehmen wir... MacDor natürlich das schlechteste, also nehmen wir was, was gut ist. Wir wollen mit der Geld davon. Okay. Äh, ja, ist halt immer nur so ne Sache. Gucken, also... 1, 2, 5. Nur mal den her, so. Ah, geht gar nicht. Naja, scheißegal. 1, 8. 1, 7. Nehmen wir, wer. So. Ist mir scheißegal, warum. Ok wir müssen warten. Ich melde mich sobald es wieder bereit ist für euch. Ne, das dauert nämlich jetzt ein Stück. Oder... Na ja. Guck mal, so in der Angliste rum. Oh. Ja, also... Ich melde mich dann gleich wieder. Bis dennne. So, unser PC ist jetzt betriebsbereit. Ich hab den gerade fertig schlufen lassen. Ähm, ja wir haben uns jetzt halb zwei. Wir starten den erstmal. Kaufen uns demnächst oder nebenbei mal noch Internet. 20.000. Äh... So. Wer hat, der hat. Noch haben wir. Noch. So. Äh... Oh, tägliches Income. Das ist aber scheiße. Ach, Mann. Vermisst aber auch, ey. So, müssen wir uns erst diesen Kack hier kaufen. Los. Mach wenigstens. So, jetzt geben wir nämlich ne Bank. Ziehen wir hier volles Geld in die Tasche. Komm, los. So. Auf eigene UV. Basteln wir uns jetzt ein PC zusammen. Im Downloader. Können wir... Für ein bisschen Geld schonmal wieder was kaufen. Ähm... Das ist wichtig. Fangen wir an mit Antivirus hier. Ja. So, pumpen wir mit Antivirus. Scheiße Internet. Ich bin anderes gewohnt, sorry. So. So, haben wir uns jetzt gepumpt. Läuft bei uns, richtig. Ja, ja, das läuft bei uns. Mal ein bisschen Musik hier anmachen. Verzeihung. Verzeihung, das muss grad mal sein. Muss halt leise machen. Okay. So. Ähm... Labor, Mr. Dubstep wird Dubstep. Ist ja mal ein wunderbar. So, wir suchen uns mal hier. Ey, wir sind Platz 0. Wir sind so cool. Online seit 18 Minuten. Na toll. So, ich weiß gar nicht, was ich jetzt nebenbei machen soll. Ähm, also das Spiel besteht halt eigentlich oft, äh, teilweise nur aus Income. Und... Äh, sag schon Income und Angreifen. Und ich esse jetzt ein Kinderschokolade, ey. So, warte mal, chill mal. Ich brauch was zu trinken. Mann, ich wollt mir was zu trinken bringen. Ach, kacke, jetzt weißt du schon wieder vom Spiel ab. Also, egal. Wir gucken jetzt mal mal irgendwo mal einen Clan. Können wir hier den Clan suchen. Denn... Ey. Moin, 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 Moin. Moin, Moin. So. Deine Werbung wurde eingereicht. Jammer. So. Noch gar keine Musik. Ach so. So. Also, 9.30 Uhr laufen jetzt. Sobald mein Income höher ist, werd ich noch ein bisschen was machen. Äh, besseres Internet. Und jo. Ich weiß doch nicht, was ich jetzt sagen soll. Oh mein Gott. Ich krieg dann... 15.000 EP. Okay. Wie viele Level steig ich denn auf? Ich hab das... Google Docs irgendwie... Google... 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 Google Docs. Mach ich hier irgendwo... Facebook mal gucken. Okay. Google Docs. So, ich glaub ich hatte das hier irgendwo mal eingespeichert gehabt bei Google Docs. Ja, irgendwie gucken jetzt... Wir sind jetzt mittelabhängig davon... Von dem Spiel Hacker Planings und gucken das bei Google Docs noch ein bisschen nach. Passiert halt. Äh, okay. Bin schon angemeldet. Ähm... Unbekannte... Unbenannte. Ich bin glaub ich mit nem... falschen Google-Kunde. Ne. Scheiße. Werden das erfunden? Mh... Mann. So, ich muss gehen wir mit nem anderen Akon. Ich hatte mal mehr, das weiß ich. Was ist die Abmeldung noch? Ach egal. Okay, also... Ich finde... Da es jetzt nichts bringt sich irgendwie weiterzubilden. Oder... Oh, falsch. Oh, jetzt hab ich euch zu viel gezeigt. Ob... So, also das... Nichts bringt sich weiterzubilden. Und die Downloads hier ein bisschen... Länger brauchen im Moment. Ähm... Ja, melde ich mich einfach morgen einmal. Wir sehen uns dann morgen mit nem... Starken Antivirus, hoffe ich doch. Von Anfang. Und... Ja, ich finde... Äh... Viel machen wir dann nicht falsch, ne? Ja, also wie gesagt, bis morgen. Wir sehen uns und... Adios. Haut rein. Nein. Mh... Mh...